Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Kommt ein Blinder in einen Fischladen und sagt Hi Mädels! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe euch hat mir gefallen. Lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Schaut mal auf MarbacherTV der Facebookseite vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß und nicht vergessen, Lachen macht lustig.